Ein herzliches Willkommen bei Stefan zu Gast. Ja ihr Lieben, das Leben hat wieder einen Sinn. Die Table Dance Bar Deluxe ist wieder geöffnet. Und hier im königlichen Ambiente begrüßt euch der Herr Grafkönig sogar persönlich. Es gibt auch neue Öffnungszeiten für euch. Am Donnerstag von 21 Uhr bis 4 Uhr morgens und Freitag und Samstag von 21 Uhr bis 5 Uhr in der Früh. Und auch als Pärchen kann man hier einen wunderbaren Abend verbringen. Ein fürstlicher Abend geht leider für mich zu Ende. Ja ihr Lieben, danke fürs Zuschauen. Ihr habt die Möglichkeit hier einen fantastischen Abend zu verbringen. Das war schon wieder Stefan zu Gast. Ich sage bis zum nächsten Mal. Servus Tschüssi und macht's gut. Und wenn euch unsere Filme gefallen, abonniert einfach unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.